Leute, die letzten Tage ist viel passiert, wir haben viel aufgenommen, leider nicht so wie der Vlog, deshalb werde ich jetzt hier noch ein bisschen nach zeigen, was wir gemacht haben, zum Beispiel sind wir mit einem geilen Auto ein bisschen rumgefahren, das sieht die Aufnahmen, die jetzt. Ein paar der Aufnahmen seht ihr auch noch auf Instagram, die haben wir nur mit dem Handy aufgenommen, aber, ja, let's go. And now, let's do some parkour. So, jetzt sind wir jetzt fertig an diesem Spot und jetzt gehen wir zum nächsten Spot und jetzt sagen wir Tschüssi. Sexy boi. Markus, bitte. Wir sind jetzt hier bei so einem nice kleinen Spot und hier machen wir jetzt, versuchen wir hier an die Wand zu gehen und dann hier rüber zu springen. Ich habe es jetzt vorhin schon einmal committed und hier kann man noch den Konkri machen. Oh mein Gott! Das ist ein starker Auto. Ich kenne es vorhin. MachtДа, danke. Ja, ja, ja. ins Salome. Vier. Ähm, so gut. Oh, Riii... Wir sind jetzt hier im Auto und fahren zum nächsten Spot. Nein, warten wir. Und ade! Wo ist der nächste McDonalds? Liken, kommentieren und abonnieren, meine lieben Freunde. Und ade! Bis zum nächsten Mal.